Katharina Nessütova ist eine deutsche Schauspielerin. Leben Nessütova war bereits als jugendliche Mitglied in freien Theatergruppen und trat seit 2003 in Musikvideos und Werbefilmen auf. 2004 und 2005 nahm sie am Schauspielcoaching bei Achim Gebauer und Christiane Kupfer teil. Von 2005 bis 2009 studierte sie Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater Hannover. Während des Studiums wirkte sie bei Theateraufführungen des Studiotheaters Hannover und der Schauspiels Hannover mit. Ebenfalls noch als Studentin erhielt sie Rollen in Fernsehproduktionen wie Ein starkes Team und Bella Block. In Dominik Grafs 2008 gedrehter Fernsehserie Im Angesicht des Verbrechens spielte Nessütova, die Russisch als zweite Muttersprache spricht, eine Hauptrolle als ukrainische Zwangsprostituierte Sweet Lana. 2011 war sie in einer Hauptrolle neben Katja Riemann und Thomas Sabacher im Fernsehfilm Die fremde Familie von Stefan Krummer und Daniel Nocke zu sehen. In der ZDF-Telenovela Wege zum Glück Spuren im Sand verkörperte sie zwischen Mai und September 2012 durchgehend die Rolle der Alexandra Oferbeck. Filmografie 2007 Ein starkes Team 2007 Bella Block 2010 Killerjagd Schrei, wenn du dich traust 2010 Im Angesicht des Verbrechens 2011 Die fremde Familie 2011 Der Alt 2011 Ein starkes Team 2011 Der Staatsanwalt 2012 Bella Australia 2012 Soko Wiesma 2012 Wege zum Glück Spuren im Sand 2013 Held 2013 Kommissar Stuhlberg 2013 Global Player Wo wir sind isch vorne 2014 Zorn 2014 Let's go Seit 2015 In aller Freundschaft die jungen Ärzte 2015 Zorn 2015 Zorn Auszeichnungen 2010 Deutscher Fernsehpreis in der Kategorie Besondere Leistung Fiktion an das Schauspielerensemble von im Angesicht des Verbrechens Marie Bäumer, Wladimir Burlakow, Alina Läfschen, Marco Mendig, Miesel Matissewitz, Katharina Nesütova, Max Riemelt und Ronald Zehrfeld Schritt Dr. 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 Vielen Dank.